Kannst du was zum BTC-ETF-Status sagen? Grundsätzlich, jein. Konnte man auch die Frage der Perspektive an, also wo ETF? Es gibt ja schon ETF- oder ETF-ähnliche Produkte zuhauf. In Kanada ist zum Beispiel ein sehr, sehr beliebter Crypto-ETF, beziehungsweise Bitcoin-ETF, der ja sogar noch in den letzten Wochen ganz gut lief, jetzt aber auch deutlich Reduktion zeigt. Also auch hier das institutionelle Interesse geht runter, hatte ich ja gerade schon im On-Chain-Report mit drin. Und den Status kenne ich nicht, ich weiß nicht, wo die Regulatoren stehen. Es gibt ja eine Aussage aktuell vom Grayscale-CEO, der gesagt hat, es ist nur noch eine Frage der Zeit, just a matter of time, bis der ETF kommt. Aber wie viel Zeit brauchen wir denn noch? Wir warten doch schon ewig. Ja, wir warten schon ewig auf diesen Bitcoin-ETF. Es war für mich die Un-News 2017, 2018. Da weiß ich noch, habe ich die News immer wieder zusammengefasst. 2019 war es dann noch extremer. Ja, der Bitcoin-ETF kommt jetzt, der nächste Heilsbringer für den Kryptomarkt. Dann geht es richtig los. Die Massenadoption, die Massen, die auf den Bitcoin-Kurs stürzen und investieren, hat mit Adoption übrigens gar nicht so viel zu tun, denn hier investieren die Leute ja indirekt und passiv in Bitcoin, was ich grundsätzlich nicht empfehle. Ich würde immer das direkte Investment bevorzugen, kann aber verstehen, dass hier andere vielleicht einen anderen Weg gehen wollen. Grundsätzlich BTC-ETF ist ein spannendes, heißes Thema, weil eben vor allem es hier darum geht, dass ja noch größere institutionelle Player, Pensionsfonds etc. hier die Möglichkeit haben, über ein noch stärker reguliertes Asset in den Markt vielleicht einzusteigen und hier nochmal für ordentlich Nachfragedruck zu sorgen. Und ja, der Status ist schwebend. Irgendwann wird die SEC wohl einen BTC-ETF rausgeben. Hier geht es ja vor allem um den US-amerikanischen Markt und Grayscale hat da ganz gute Karten, zumindest nach den aktuellsten Entwicklungen und stimmt mich durchaus positiv. Aber sollten wir jetzt auch nicht glauben, dass wenn er kommt, dass wir dann alle gerettet sind. Das wird nicht der Fall sein. Das war es! Untertitelung des ZDF, 2020